so ja, ne, da will ich nicht hin ist aber echt scheißegal, ne oh no oh no oh no oh, guck, geh da rein, geh da rein ne, ich glaub, das rück mir gar nichts, wenn ich da lang geh oh, Kai ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich wirklich glaub ich zumindest nur noch mich verschnieseln, oder? ab in den Teleport also, hab ich alle Inseln, soweit er kundet klar, am Anfang, die fehlen noch aber dann lass ich mich lieber nur teleportieren und lass mich dann wieder am Anfang auswerfen guck guck hab ich alle, äh, Kristalle die hab ich ja, okay boah, es fehlen auch so viele Sachen, ne jetzt sind ich werde eh dieses Level wahrscheinlich noch mal fast haarklein, äh, begutachten müssen okay, ich dachte, das werden wir wirklich nach Hause bringen absolut, wir die Rennstrecke und sammle das Drachenei ein, bevor die Zeit abläuft das ist Zeit abgelaufen, verschwindet das Drachenei also, beeil dich, auf die Plätze hallo ja, wie, 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 wie die Zeit läuft jetzt schon was ist das denn? ach so, ich hab nur eine Minute okay auf geht's ist ja mega oh, ja oh, scheiße aber bisher, äh, sieht doch erstmal ganz passabel aus, oder? ich dachte, jetzt wirklich, ich würde wieder zurück ins Drachenreich kommen voll die Pinballmaschine sepi dikk figuring den Drachenei lässt sich ja wahrscheinlich auch noch, muss haben wohl auf jeden Fall, brauchen wir ein bei... ab 78 hhh waaaah heee p Considering ist das denn für ne kacke aber, die Sprung ist ja immer richtig e... dämlich Komm, ich will jetzt nicht sehen, wie das Ei da rauskommt Ich hab auch gehört, ne Also anhand eurer Kommentare hab ich, besser gesagt, gelesen Äh, man kann wohl auch in die Rolle anderer Spielcharaktere Schallüffeln tun Also ich mein, nicht hier sitzen Sgt. Bird oder so ein Jäger, sondern ich mein wirklich Äh, andere Drachen Die wir halt quasi statt Sparrow steuern können Die müssen wir aber erstmal Müssen wir aber erstmal freischalten Und zwar, indem wir Eier sammeln Für jeden neuen Satz kriegen wir immer ein kleines Extra Und los geht's Die Kurve war gut genommen Wow, mein Gott War nicht geplant Kann ich auch mal langsam die Schallmauer durchbrechen oder so in der Richtung Muss ich da drüber? Ich weiß ja nicht so genau Bum, 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 bum Bäh Ich sag mal, dahin muss ich auf jeden Fall rüber Ich hab keine andere Möglichkeit irgendwo hinzukommen Oh mein Gott, war das knapp Oh Erika Ähm Die müssen wir aber wirklich langsam mal ins Ziel kommen Hä? Was? Okay Ich versteh's nicht Was ist das? Wollen wir die Werbe? Okay Mir ist wirklich verwirrt Ja okay, schön Ich darf wenigstens weiterspielen Darf mir mal wenigstens mal angucken Wo das Ziel ist Ja, das ist mir eigentlich Es ist ja wahrscheinlich tatsächlich doch da Wo ich mich sonst immer Wo ich dann sonst immer umdrehe Der Rest scheint wirklich nur dafür da zu sein Um So ein paar Edelsteine zu kriegen Ui So Ich mach hier mal rüber Ui Fuck Okay, das ist Das ist Ich bin schon etwas anspruchsvoller Ich weiß nicht, wie gut ich noch In der Luft steuern kann Au Okay, wenn die Schrecke der Nacht Natürlich direkt zu Ende ist Dann passt das mit der Zeit Aber viel schneller als das geht glaube ich auch nicht Wie ich es gerade mache Aber das ist natürlich jetzt top Oh mein Gott Nein Das war so klar Ruhigkeitsanfall Ich glaube ich leg mich gleich erstmal Ohne schöne Stunde hinten Nach der Aufnahme Wie gesagt halb fünf aufmachen Das war richtig geil Weil War halt so ruhig Einfach nur idyllisch Wo ein paar Schnapsleichen draußen gehört Aber die auch schon Wenn die Party vorbei sind Wenn ich mir lauter so denke ich einfach nur Oh Scheiße Langsam die Zeit fürs Bett Okay Ja 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 Das ist aber hier mal langsam Oh du heilige Ich möchte keine Springscheiße mehr haben Ich finde das reicht langsam mal Ich finde das Ziel sag mal Uah Der ist bestimmt direkt dahinter Okay Jetzt Du kannst mal bitte Einmal Äh Ja okay Ja ja klar Das sind coole Aufgaben muss ich sagen Also sie sind halt so schön kurzweilig Also echt kurz und knackig Immer noch besser als lang und nervig Ah gut wer weiß was noch kommen mag Das ist genauso meine Quasch Benico die Wiese auch Mit den Relikten Das ist immer coolstes Level was man fast perfekt machen muss Als um idyllisch langes wo mehr verziehen wird Ja Ja Und Das War vielleicht ein bisschen zu früh Nein Das Schlimme ist ich bin ja immer noch in der ersten Hälfte des Spiels Ne Was erwartet mich denn da noch alles ey Boah Hart Wo frage ich mich Wie habe ich es geschafft in der ersten Aufnahme in die 9% zu kriegen Ich muss ja massig Sachen gefunden haben Was habe ich bisher gefunden Und zwar dich, Edelstein und ein Ei Ich bin ja gleich mal kurz 41 Minuten Gut 40 Minuten Wenn man sich den Anfang rausschneide Mit Telefonat Funda, FIFA, Fundament Wie viel Zeit hat man da nicht? Ich würde mich schon nahezu perfekt machen Deswegen wundere ich mich jetzt Ich weiß es ja nicht Ob da vielleicht Ich würde jetzt erstmal von ausgehen Dass man hier auch noch Licht in den Stein kriegen kann 22 Sekunden Oh komm Das böse halt wenn er diesen Bing trifft Ach fuck you Ja war knapp Wenn er so einen Pfosten trifft Dann bin ich mal kurz Echt ganz kurz Paralyisiert oder so Kann ich mich nicht bewegen Am besten so als würde ich dann Kilometer weit wegfliegen Nicht sowas tun jetzt hier Kann ich mich gebrauchen Ich muss durchperzen Ja 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 Ich muss Ich muss mal schon sehr knapp Ich habe zwei Sekunden mehr Zeit jetzt Schon mal sehr gut Also Ja Ich verabscheu Du kleiner Drecksdrecher Eins und Ja Ich habe es nochmal geschafft Boah Okay Boah 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 Erstmal Stuck trinken hier Mein Kaffee ist leer Es ist traurig Dann halt Wasser Okay Hey nochmal Wie viel Klaus Wir haben wie viel Zeit Absorbiere die Rennstrecke Und sammle die Elche Elche Glaub ich denn Okay Ist wohl eine andere Strecke Oder was Oder machst du das mit Jetzt einfacher Das wäre Das finde ich sehr nett Oder du musst wirklich Einen anderen Weg gehen Das kann schon sein Ah Weiter durch Ich fahre jetzt mal Einen anderen Weg Hier ist es aber auch neu Hier ist es aber auch neu jetzt Und dann Das kann die Pöller Vorsicht Ach der ist Oh mein Gott Da habe ich den kurzen Tonjahr gemacht Ich finde ich den scheißen toll aus Komm Komm Braums Hey Oh cool Das ist jetzt mal gut Läuft doch Läuft doch So Okay Aber jetzt kommen noch unbekannte Das war so klar Da bist du ewig drumrum Kein Weg drumrum Geh doch mal Oh wie Boah Das ist so Boah Okay Wer es jetzt genauso ist wie der Rest Und ich bin hier auf dem richtigen Weg Dann wäre es natürlich sehr gut Also wenn der Rest jetzt genauso ist wie Beim Ei Wünscht das sogar schaffen Alter der war echt gut Ich habe da hinten schon was leuchten gesehen Ich glaube ich bin richtig Oh yeah Ha Ne So Ich bin zufrieden Huiuiui Okay Was schön ist Also offensichtlich gab es hier auch mal so ein Professorhologramm Der gesagt hätte Wenn du täglich den Scheine hast Dann kannst du hier das Superballding Oh hallo Oh wie stehe ich dir nicht gesehen Sag mal Bin ich jetzt woanders? Ich bin hier der Mantra Hä? Ich bin komplett überfordert Tut mir leid Egal Ne aber da war bestimmt so ein Hologramm-Dingsi Und äh Der hätte bestimmt gesagt Ja bei Zichten Zehn Lichtedelsteine Zicht Kannst du das und das machen Naja geh mich um Keks Das war jetzt die Richtung wo ich doch nicht lang gegangen bin oder? So aber erstmal Ja hätte ich die Tür hier auch am Anfang aufgemacht Dann hätte ich auch durchgekommen Was ist das? Hä? Hä? Verschwinden die Knüppel nicht wenn ich die Arme betätigen Egal Ich hinterfragte halt ja nicht Na okay So Ähm Da wollte ich entlang Dann hoffe ich nochmal dass ich jetzt hier auch nochmal ein Ei und ein Äh Lichtedelsteine finde Also Lichtedelsteine seh ich da hinten schonmal Ganze ganze weitere Fähre Hallo Ich bin's Oh Falt er mal auf Ich will da hin Ich will da hin Ich hoffe mal Gib ich den Schall Warte mal Wie will sie sich von der anderen Seite da hinkommen? Aber Bäh Scheiße Fuck Aber vielleicht gibt's ja noch einen Weg Vielleicht komm ich da noch irgendwie hoch Erstmal du kannst mich geschmeidig Danke So und da ist ein Ei drin ne? Ja Dankeschön Immerhin ey Oh Ich hab schon wieder Angst Dass da wieder Egelsteine drin sind Ich hab erst 15.000